Wirf deine Foundations weg! Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein Produkt, was ähnlicher zu dem beliebtesten Produkt 2020 nicht sein könnte. Und zwar hat er den Halo Glow rausgebracht. Und wir werden herausfinden, ob das ein Dupe ist oder ob dieses Produkt unser aller Make-up Probleme löst. Und ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Ich weiß nicht, ob dieses Video heute am Freitag online geht oder am Montag. Aber an einem der beiden Tage werdet ihr diese ganze Information zu diesem Produkt bekommen. Ich habe das Ganze schon ausprobiert. Ich sehe aus, als wäre ich gerade frisch. Und... weiß ich nicht. Fühls. Freunde, dieses Produkt ist ein Game Changer meiner Meinung nach. Denn ihr wisst es, ich liebe meinen Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Aber dieses Schätzchen ist ziemlich, ziemlich teuer. Und es gibt im Moment Dinge, die sind wichtiger zu kaufen als teures Make-up. Und deswegen hat er auf sich gedacht, kommt, bringen wir mal was raus, was vermutlich sogar besser sein wird als das Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Ja, wow. Und wir werden das Ganze jetzt herausfinden. Ihr seht es, ich habe noch nichts im Gesicht. Ich sehe aus wie ein Nacktmull. Aber das ist nicht so schlimm. Bevor es losgeht, wollte ich euch sagen, dass es endlich soweit ist. Und zwar sind die Microfiber Multi-Tools Mini endlich, endlich da. Ihr könnt sie ab sofort bestellen. Ich habe sie lang genug angekündigt. Und hier sind die Schätzchen. In der Box sind drei Tools mit drin. Das heißt, ihr habt wirklich viel. Ihr könnt wie bei dem Großen euer Make-up noch präziser machen. Die Mikrofaser ist noch ein bisschen feiner als die bei den Großen. Ihr könnt damit aber auch euer wasserfestes Make-up an den Augen ganz, ganz sanft entfernen. Ich habe auf euer Feedback gehört, dass ihr auch ein bisschen punktueller arbeiten wollt. Und dafür gibt es jetzt die kleinen. Link ist unten in der Infobox. Und wir starten. Ich muss dazu sagen, ich habe das Ganze schon probiert, um so einen Wear-Test zu machen. Und Spoiler-Alarm. I love it. Elf hat den Halo Glow Liquid Filter rausgebracht. Und ich lese euch vor, was er können soll. Der Halo Glow kommt in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Farben. Und ich habe die hellste und die dunkelste, so wie die mittlere für mich, einmal für euch bestellt. Und ich blinde euch hier einmal ein paar Swatches ein, dass ihr die Farben auch sehen könnt. Ich habe mir vorgenommen, dass ich das regelmäßiger mache. Einfach um so inklusive wie möglich für euch im Content zu sein. Und der kostet 16 Euro. Das ist ungefähr ein Drittel von dem von Charlotte Tilbury. Ich habe aber schon so ein bisschen damit gespielt. Und ich muss sagen, sie sind sich doch recht ähnlich. Ich würde euch ganz gerne mal kurz einen Side-by-Side-Vergleich machen. Denn eigentlich war das Video geplant. Elf vs. Charlotte Tilbury. Ich habe aber hierbei was festgestellt, was ich euch lieber zeigen möchte. Ihr könnt ihn genauso benutzen wie den Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Ich zeige ihn euch einmal ganz kurz. Der Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter ist sehr, sehr schimmernd. Er hat eine leichte Deckkraft. Genauso wie der von Elf. Ich finde aber, dass der Schimmeranteil von Elf ein bisschen feiner ist. Also ich weiß nicht, ob es so gut in der Kamera bei rauskommt. Der Schimmeranteil ist etwas feiner als von Charlotte Tilbury. Und ich finde, dadurch eignet er sich wesentlich besser, um ihn gleich als Foundation zu benutzen. Ihr wisst es, ich persönlich mag es total gerne, wenn die Foundation super, super glowy ist. Ihr könnt ihn, so wie den Charlotte Tilbury, punktuell runtersetzen. Ihr könnt ihn punktuell rübersetzen. Das funktioniert auch. Ich will euch aber eher zeigen, dass ich ihn schöner finde als Foundation. Und deswegen machen wir das auch heute, weil ich glaube, dass das für euch etwas sein könnte, was etwas ist, wenn ihr keine Full Coverage Foundation tragen wollt, aber diesen Glow mögt und diesen Weichzeichen in den Effekt haben wollt. Und deswegen hole ich euch ein Stückchen heran. Das Füßchen ist sehr, sehr groß. Ich zeige es euch einmal im Vergleich von Charlotte Tilbury. Da ist es sogar ein bisschen kleiner. Und ihr seht das direkt. Hier ist Charlotte Tilbury und hier ist Elf. Sie haben beide so eine flache Seite und ich finde, dass hier wesentlich mehr Produkt abkommt. Man kann mit dem Charlotte Tilbury dadurch natürlich ein bisschen präziser arbeiten und so punktuell Highlights setzen. Aber ich muss... Eigentlich macht das Video gar keinen Sinn. Eigentlich hätte ich nur ein TikTok hochladen müssen und euch sagen, hallo, kauft dieses Ding, weil es ist gut. Ich trage mir das jetzt hier mal auf der halben Seite auf. Ich nehme auch ein bisschen mehr und dann könnt ihr sehen, was ich meine. Ich nehme ein Foundation Brush und arbeite mir das Ganze hier einmal ein. Und ihr seht sofort, die Deckkraft ist da. Also es hat wirklich... Es ist unglaublich. Ich wünschte, dieses Video wäre gesponsert. Wenn ich das hier einmal verblende, dann seht ihr sofort, es ist halt sehr, sehr speckig. Auf dieser Seite ist es einfach nur eure Haut und perfektioniert. Seht ihr den Unterschied, obwohl es doch so ähnlich ist, habe ich das Gefühl, dass man mit dem Erf ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Deswegen, ich würde es nicht unbedingt als Dupe bezeichnen, sondern als... Wir haben uns inspirieren lassen von dem Charlotte Tilbury Produkt und wir haben was anderes draus gemacht. Könnt ihr mir so ein bisschen folgen? Weil ich glaube, ihr seht es sofort, wie schön sich das Produkt auf der Haut oder mit der Haut verbindet. Im Vergleich zu dieser Seite, na, hier ist es recht fahl. Und auf der Seite hat sich das meiner Haut so ein bisschen angeglichen. Ich habe übrigens die Farbe 3 genommen. Also es ist nicht die mittlere, sondern es ist eher im unteren Bereich. Aber sie passt halt farblich wirklich perfekt. Soll ich euch doch nochmal hier die Seite zeigen, wie sie hier verblendet aussieht bei Charlotte Tilbury. Das ist halt auch schön. Ich würde so aber nicht rausgehen, weil das mir zu wenig Deckkraft ist und der Blitzeranteil in dem Produkt ein bisschen zu hoch ist. Hier siehst du nicht einen einzigen Schimmerpartikel. Wow. Okay, wir machen mal eine komplette Seite mit dem Erf-Produkt, dass ihr das Ganze seht. Also ich glaube, ihr merkt schon, dass ich echt begeistert davon bin. Ich habe es gestern das erste Mal probiert und dachte mir so, krass, ich habe halt mit was ganz anderem gerechnet. Ich habe so ein bisschen geträumt und habe es aus Versehen, in Anführungszeichen, nur als Foundation benutzt. Weil ich habe ein Video geguckt und dann habe ich einfach aufgetragen und dann dachte ich mir so, wait a minute, wait a second. Und ich glaube, ihr seht sofort, was ich meine. Jetzt, wenn das alles mit einem Schwamm eingearbeitet ist, ist es doch schon wirklich glowy. Allerdings, man könnte jetzt einfach so weitermachen, Concealer, Blush, Contouring und das Ganze nicht setten. Ich habe es gestern aber gesettet und ich muss sagen, dadurch, dass ihr durch das Puder wieder so ein bisschen Mattierung mit zurückgebt, sieht es richtig frisch aus. Was ich auch gemacht habe, ist, ich bin mit der Farbe 8, dem dunkelsten Ton, so ein bisschen als Bronzer langgegangen. Und ihr seht, wie krass pigmentiert das Produkt dann auch selber ist. Wenn man das so ein bisschen anders benutzt, wenn man das so ein bisschen anders benutzt, als man es machen soll. Ich habe viel zu viel benutzt. Ich nehme mir wieder ein bisschen was weg. Und ihr habt dadurch, wenn ihr nicht so viel benutzt wie ich, so eine kleine Alternative zu dem Contour-Wand. Ich habe viel zu viel benutzt jetzt. Aber ihr seht es trotzdem. Ihr habt einen super, super frischen Touch. What is this? Das ist wie die Foundation, hätte ich in meinem Leben eine Foundation rausgebracht, würde sie ganz genau so aussehen. Dieses Ultra Wet. Diese, ich finde trotzdem ausreichende Deckkraft. So leicht ist sie gar nicht. Und sie passt sich so perfekt diesem Hautton an. Und die Haut sieht so frisch und so, so weich gezeichnet aus. Obwohl sie so krass glowy ist. Wisst ihr, was ich meine? Könnt, ich wünschte, ihr könntet mir immer antworten. Die sieht aus wie Öl ins Gesicht geschüttet. Aber so zart und frisch. Ich mache mal weiter. Und dadurch, dass die Concealer beispielsweise jetzt matt sind, beziehungsweise keinen Schimmeranteil drin haben, wird das Ganze auch gleich wieder so ein bisschen alltagstauglicher. Ich nehme das Microfiber Multitool Mini und blende mir erstmal hier alles aus. Das Schöne bei dem Kleinen ist, dass ihr wirklich noch präziser arbeiten könnt und das kein Produkt aufnimmt. Also wenn ihr wirklich die maximale Deckkraft haben wollt und ein schönes, weich gezeichnetes Finish, ihr werdet es lieben. Ihr könnt natürlich auch so ein bisschen Foundation, das habe ich gestern noch gemacht. Ich bin noch mit ein bisschen Foundation rübergegangen. Einfach punktuell. Habe mir aber dadurch natürlich extrem viel Produkt auch gespart. Dadurch, dass das Elf Halo Glow schon so ein bisschen Deckkraft hat. Oh, 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 wait a minute, Mr. Postman. Oh, oh, oh. Ich habe hier ein Blush von Rare Beauty in der Farbe Nearly Apricot. Ich gehe auch mit dem Microfiber Multitool Mini hier rein, arbeite mir das so ein bisschen in der Hand ein und kann dann punktuell auch hier Airbrush Finish, ein Softbox Powder. Das ist eine patentierte Bezeichnung, die ich schützen lassen habe, Softbox Powder, die einfach genau das macht, dass es aussieht, als hättet ihr immer eine Softbox auf eurem Gesicht, die das Ganze weich zeichnet und frisch macht. Und durch den Concealer habt ihr fokussiert unter den Augen die meiste Deckkraft. Die Haut drumherum sieht aber aus wie Haut. Und jetzt fixieren wir das Ganze. Und auch hierfür nehme ich das Microfiber Multitool Mini. Ich nehme jetzt hier mal mein Sample, mit dem ich immer das Puder aufgetragen habe. Gehe rein und fixiere das. Und dadurch geben wir wieder so ein bisschen Mattierung zurück ins Gesicht. Und dann wird das Ganze auch nicht mehr so super glowy. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist dann einfach tragbar. Zack, Bacon, einen großen Puderpinsel. Und das ist das, was ich meine. Dieser Schein kommt trotzdem noch durch und wir haben es noch nicht fixiert. Und es sieht aus wie so eine frische Haut. Ich fixiere es jetzt mal. Dadurch schmilzt alles wieder richtig schön zusammen. Die Puderpartikel legen sich anders hin. Und trust and believe. Es hat gestern den ganzen Tag gehalten. Also es ist so ein bisschen um die Nase etwas ölig geworden. Ich hatte dann einfach mein Multitool Mini dabei und bin nochmal so ein bisschen rüber gegangen. Und dann sah ich abends immer noch so frisch aus. Und das ist etwas, was ich anders... Ich habe mir unter dem Produkt was ganz anderes vorgestellt. Ich dachte wirklich, dass das ein 1 zu 1 zu 1 Dupe zu dem Charlotte Tilbury ist. Ist es aber nicht. Es ist ohne alles andere tragbarer. Ich persönlich würde niemals mit dem Charlotte Tilbury Flawless Filter alleine als Foundation-Ersatz rausgehen. Weil es mir einfach zu Zinnmann ist. Mit Puder, mit Concealer, mit Blush, mit allen anderen Produkten, die ich für mein Make-up benutze, sieht das Ganze fantastisch aus. Und hat für mich jetzt im Sommer gerade so ein bisschen alles andere in den Schatten gestellt, weil ich keine Foundation mehr brauche. Weniger Produkt benutze außer Concealer und die Puderprodukte. An Creme-Produkten war das aber alles. Und ihr könnt sehen, jetzt wo die Feuchtigkeit in die Haut zieht, wird das immer lebendiger und beweglicher. Und das ist etwas, was mir in den letzten Jahren so ein bisschen sich bei mir verändert hat. Dass ich es mag, wenn mein Make-up sich bewegt. Nicht runterrutscht bewegt, sondern dass man sieht, dass ich ein Mensch bin und eine Haut habe, die Bewegung hat, die nicht perfekt ist, aber trotzdem perfektioniert. Ich bin sprachlos. Ich bin, ich saß hier gestern und dachte mir, nee, das hier wird nicht. Ich habe euch jetzt nochmal ein Stückchen näher geholt, dass ihr das Ganze auch auf der Haut nochmal wirklich sehen könnt. Also ihr seht schon, dass ich etwas im Gesicht habe. Man soll ja auch sehen, dass ich Make-up trage. Aber die Haut, vor allem auf der Stirn sieht man es, finde ich, besonders gut, scheint noch so durch. Aber so, als hättet ihr viel getrunken und viel Feuchtigkeit zu euch genommen. Und das ist unglaublich. Wenn ihr wollt, mache ich nochmal einen wirklich Zeit-by-Site-Vergleich. Elf vs. High-End. Denn Elf hat wirklich mittlerweile eine Vielzahl an Produkten, die entweder 1 zu 1 Dupes oder 1 zu 2 Dupes sind, die ähnlich sind oder die inspiriert sind von dem High-End-Produkt. Mir gefällt Elf tatsächlich immer besser. Ich fand Elf war vor zwei Jahren noch so, ja, ist ganz günstig, man kommt schlecht ran irgendwie. Mittlerweile gibt es ja auch bei Douglas. Das Produkt gibt es leider noch nicht bei Douglas. Ich habe es bei Elf selber bestellt. Es kam aus UK. Ich habe aber keinen Zoll gezahlt. Und zwar innerhalb von vier Tagen war es da. Also es ging sehr, sehr schnell. Und Elf war immer so, ja, sie ist halt da. Aber jetzt haben sie Produkte rausgebracht, die einfach so gut sind und mithalten können mit anderen Produkten. Und das zu dem Preis macht einfach Spaß, die Sachen zu benutzen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zu dem Produkt sagt. Vielleicht habt ihr es ja auch schon. Würdet ihr es vielleicht anders benutzen? Habt ihr es schon? Dann schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich hätte mir gewünscht, dass ich euch mehr First Impression geben kann. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass ich euch auch meine ehrliche Meinung zu einem Produkt zeige, wenn ich es schon benutzt habe. Und das dann euch nochmal zeige. Weil ich glaube, es ist authentischer, als wenn ich hier sitze und sage, wow, es ist so überraschend. Nee, es hat mich heute nicht mehr überrascht, weil ich es gestern schon benutzt habe. Aber gestern konnte ich schauen, wie das Ganze wirklich hält. Und es sieht den ganzen Tag über schön aus. Und ich finde, je länger die Zeit voranschreitet, umso schöner wird es. Freunde, ich bin super gespannt. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Schaut bei ELF, schaut bei Giacomo Cosmetics vorbei. Ich bedanke mich und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss.